Hallo meine Freunde! Vielen Dank, dass ihr euch angeschaut habt, Steini! Neues, irgendwas mit Pokémon-Ründchen. Ja meine Freunde, meine letzte Karte, die ich mir bestellt habe, ist endlich mal angekommen. Die anderen Karten, die ich mir noch bestellt hatte, die hattet ihr ja in den letzten Videos gesehen. Jedenfalls noch nicht. Einfach die letzten Videos abchecken zu Pokémon. Ja, das ist jetzt die letzte Karte, die angekommen ist. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Des Weiteren habe ich hier noch eine Frage an euch, ob wir was aufmachen sollen. Ihr werdet eh ja sagen, ich kenne euch, aber trotzdem wollte ich mal fragen. Wenn ich hier wieder sehr gute positive Werte fremden, ballert die Kommentare voll, ob ihr euch auch irgendwas gegönnt habt, irgendwas gekauft habt, irgendwas aufgemacht habt, irgendein Set aufgemacht, dies, das. Eure Puls auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, dass wir dann mal gerne berieseln von der ganzen Sache. Das ganze Pokémon-Thema ist ja gerade extrem im Hype. Also immer mehr, immer mehr. Du denkst, das geht nicht mehr und es geht immer noch weiter. Und ja, mir ist halt im Prinzip vollkommen egal. Ich hatte auch viele Kommentare gehabt unter dem letzten Video. Übrigens GG an die Gewinner von dem Garados und Raichu von der Promokarte jeweils. Die Gewinner haben die Gewinner bekommen. Ich hatte auch noch mal in dem Kommentarbereich unten die angeschrieben gehabt. Da habt ihr natürlich auch seht, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, einen hatte sogar eine Insta-Story drin gehabt. Der hatte mich markiert gehabt, der andere nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Kam aber auch an auf jeden Fall. GG noch mal dazu. Dankeschön für die ganzen Kommentare. Das ist ein bisschen ausgeartig. Wir haben nur 3.000 Kommentare gehabt. Hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber ja, danke. Hat aber auch da sehr viele Kommentare. Oh nein, alle nur. Jetzt fängt der auch noch an wegen dem Hype. Und öö, erzähl mir doch nichts von Kindheit. Und du machst halt nur auf wegen dem Hype. Und keine Ahnung was. Mich interessieren solche Kommentare in der Regel überhaupt nicht. Ich habe auch dem einen Kerl geschrieben gehabt. Ich sage, ich mache das auf, weil euch das anscheinend zu interessieren scheint. Ändert aber nichts an der Sache. Wenn euch das nicht interessieren würde, würde ich dazu keine Videos machen. Ich hätte den ganzen Scheiß aber trotzdem hier. Ja, ich hätte die Sachen trotzdem für mich da. Wenn euch das aber interessiert, ist das eine gute Kombi für mich gerade auch auf dem Kanal. Weil das gerade so ein Thema ist, womit ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Ja. Und somit ist halt aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ihr kriegt von mir hier keine Tipps, ja, was ihr kaufen sollt, was steigt. Nein. Ihr kriegt von mir nur das, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Und auch hier sage ich, nur weil ich das kaufe, ist das keine Garantie für irgendwas. Sei es, dass ihr krasse Puls da drin habt. Sei es, dass es eine krasse Wertsteigerung ist. Whatever. Ja. Das mache ich nicht. Da müsst ihr andere Leute fragen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich euch irgendwelche Wertsteigerungen nicht gönnen würde. Aber ich würde einfach Halbwissen vermitteln. Und ich gehe mein eigenes Risiko mit meinem Geld. Möchte aber nicht, dass ihr mit eurem Geld das Risiko geht. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. In diesem Sinne haben wir das Thema jetzt hoffentlich dann hier abgehakt. Und ich zeige euch eine meiner schönsten Karten in meiner Sammlung. Und zwar ist das die Cosmic Eclipse Karte Full Art Pikachu. Um Gottes Willen ist diese Karte, die hat es mir so angetan. Weil das bin einfach ich, ne? Das bin einfach ich. Damals nach der Schule nach Hause Hausaufgaben machen drauf geschissen. Die Hausaufgaben symbolisieren für mich im Hintergrund da das Bücherregal oder was ist das, ne? Drauf geschissen, das hat Zeit für später. Erstmal Pokémon. Sei es Serie gucken, sei es das Gameboy Spiel zocken, sei es Karten zum zehnten Mal in seinem Ordner neu sortieren. Einfach nur, damit man sich die wieder angucken kann, ne? Ich finde diese Karte so brachial schön. Es ist eine PSA 10 natürlich, aber die war auch nicht so teuer. Ich habe 189 Euro bezahlt. Da interessiert mich aber auch im feuchten Furz, ob die steigt oder whatever. Ich finde die Karte einfach vom Gesamtpaket her super nice, ja? Mit Pikachu drauf, dem Pokéball an der Seite, mit Ash, dann mit dem Schulrucksack. Für mich, ich sehe da einen Schulrucksack und im Hintergrund die Hausaufgaben, wo nie jemand Bock drauf hatte. Man wollte lieber Spaß haben, ja? Und Spaß hatte ich damals mit Pokémon. Sei es Gameboy Spiel, sei es die Karten. Komplett scheißegal. Super, super schönes Ding. Und Secret war dann anscheinend eine Secret Rare in dem Set. Ja, 241 von 236. Oh, die hatten aber einige drin in dem Set, ne? Die letzte Secret Rare, die es je gab, war ja dieses Dark Raichu aus Team Rocket. Ja? Die habe ich auch, ja? Dark Raichu. Erste Edition. Habe ich sogar. In Holo. Englisch. Die ist aber nach PSA unterwegs. Ja? Also Poké Geodude Video. Das hatte ich ja auch gezeigt gehabt, meine Karten, die ich da hingeschickt habe. Ich kann euch das Video mal unten verlinken. Da seht ihr meine Karten, die ich nach PSA geschickt habe. Ja? Komplett. In dem Poké Geodude Video. Checkt auch sehr, sehr gerne mal die Jungs da ab. Machen sehr, sehr gute Arbeit. Ich haue euch unten mal den Link rein zu dem Video, wo wir drin sind. Ab circa einer Stunde. Genau ab einer Stunde kommen meine Karten. Ihr könnt ja vorskippen. Äh, dann seht ihr so ein bisschen die Karten, die ich auch habe. Aber die jetzt gerade auf dem Weg sind nach Amerika. Da werde ich euch natürlich dann, da werden wir ein Video machen. Da wird aber wahrscheinlich erst Ende des Jahres was werden. Weil, ja, die Zeit da sehr, sehr langatmig jetzt ist. Weil so viele Leute ihre Karten da gerade hinschicken. Da werden wir, glaube ich, Max, wenn wir die überhaupt dieses Jahr noch wieder kriegen. Normalerweise müsste, November, Dezember rum, müssten wir die wieder kriegen. Aber Verzögerung, die ist das. Man weiß nicht, wegen Corona. Mich wird auch nicht wundern, wenn wir die erst nächstes Jahr im Januar wieder haben. Aber trotzdem werde ich euch auf jeden Fall darauf Laufenden halten, dass ihr wisst, was da abgeht. Ist klar. Ja, und jetzt habe ich eine Frage. Ihr wisst ja alle oder viele von euch wissen, ich habe mir eine Pre-Release-Box damals von Vivid Voltage bestellt gehabt. Die hat mir der Zoll aber komplett zerschossen. Ja? Heißt, die haben eine Box komplett aufgerissen. Erstmal das komplette Paket haben die aufgerissen und dann noch eine von diesen hier. Ja? Eine von diesen Boxen haben die mir auch noch aufgerissen. Die sind ja eigentlich auch verschweißt wie die hier. Haben die aufgerissen und einfach da drin alles aufgemacht. Ja? Coole Aktion auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine angerissen. Jetzt ist meine Frage, sollen wir hier so eine Box aufmachen? Da sind vier Stück nur drin. Da sind vier Booster drin und eine Pre-Release-Promokarte. Ich würde das in einem Video packen. Eine so eine Box. Ja? Ich brauche immer ein bisschen länger bei den Dingern, weil ich das ein bisschen genießen will. Ich habe keinen Bock durch zu rushen oder so. Da wären vier Booster drin von Vivid Voltage. Maybe kriegen wir das Rainbow Pikachu. Ja? Da wären wir alle fröhlich. Was ich machen würde, wäre bei dieser... Bei diesem Tin jetzt hier, ne? Oder bei dieser Box. Äh... Fokus? Hier ist eine Promo drin von vier. Also entweder Don fahren meine ich. Äh... Relaxo, Lugia oder Glurak. Egal welche Promo hier in dem Falle drin sein würde. Ich weiß das ja vorher nicht. Ich würde diese Karte an euch verlosen im nächsten Video. Wenn es ein Glurak ist, dann ist es ein Glurak. Pech. Wenn ihr darauf Bock habt, teilt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare oder lasst ein Like auf dieses Video da. Dann setzt die mich da diese Woche noch dran. Dann machen wir das. Ja? Ich habe damit kein Problem, weil ich habe ja bereits zwei Stück und auch die schon wirklich in der PSA 10. Ja? Also diese kann da drin sein. Und äh... Ja, was soll ich jetzt mit drei? Wäre da ein Glurak drin? Mein Gott, dann mache ich einem von euch damit eine Freude. Ich habe damit kein Problem. Ich habe da noch ein paar Boxen. Und wie gesagt, weil die eh angerissen sind. Äh... Kuss an den Zoll. Kann man da denke ich mal machen. Das Lugia habe ich ja da auch, ne? Äh... Das habe ich allerdings in der Staff. Und äh... Deswegen. Ja? Ich denke, das wäre eine ganz coole Sache. Schreibt mir da aber sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann würde ich mich da die Woche noch dran sitzen. Dann würde das Video zum Wochenende kommen. Wenn ihr darauf Lust habt. Natürlich. Komm, ich lege noch einen drauf. Ich garantiere euch, dass ich einen Glurak verlosen werde. Aber nicht zwingend hier. Ist hier kein Glurak drin, nehme ich einen Glurak aus einem anderen Set. Natürlich Holo. Wir machen das so. So ist ein Glurak... So wäre ein Glurak garantiert. Ist da keiner drin? Machen wir zwei Gewinner. Ist da einer drin, machen wir einen Gewinner. So werden wir es machen. Ja? In diesem Sinne. Wenn ihr darauf Lust habt, wie gesagt, teilt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das war die letzte Karte, die ich mir bestellt habe. Jetzt ist nichts da. Ich habe eigentlich gehofft, dass Shining Fates jetzt mittlerweile ankommt. Aber das hat sich auch nach hinten verzögert. Ich hoffe, dass das zeitnah wird. Weil da habe ich auch bestellt gehabt. Da warte ich allerdings. Vorher sind mir da auch die Hände gebunden. Ansonsten werden wir da auf jeden Fall auch eine Trainerbox aufmachen. Das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Weil ich glaube, es wird ein sehr, sehr nice Set werden. Aber ja. In diesem Sinne möchte ich auch gar nicht weiter voll nudeln. Hier war eine kurze knackige Runde hier. Nur damit ihr mal up to date seid wieder. Und ja. Wie gesagt. Jetzt liegt es an euch. Ballert mir die Kommentare voll. Lasst eine Bewertung da. Und in diesem Sinne würde ich sagen. Bleibt gesund. Stellung halten. Und vielleicht bis Wochenende. Ja? Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.